Orange im Orange hat gewonnen. Mit diesen Worten beginnt der neueste Tweet von Tanzverbot. Und das, was er da andeutet, ist nichts Geringeres, als dass er aufgibt und nicht länger gegen seinen Rivalen Orange im Orange vorgehen möchte. Es geht um Beleidigungen, Persönlichkeitsrechtsverletzungen und den Leak einer Adresse. Warum Tanzverbot nicht mehr weitermachen will, warum er sauer auf seinen Anwalt ist und warum Orange im Orange jetzt verspricht die Anwaltskosten von Tanz, sie tragen zu wollen, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr mehr über den Beef zwischen Tanzverbot und Orange im Orange hören wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Ich habe schon zwei Videos zum Streit der beiden Zankhähne gemacht und dieser Streit geht zurück ins Jahr 2022. Gamescom artete das Ganze in der Prügelei aus. Das, was offline passiert ist, hat sich dann online weiter fortgesetzt. In der Folgezeit hat dann Orange im Orange über die Freundin von Tanzverbot hergezogen. Hier sagt Tanzverbot in einem Tweet seinerzeit, Orange im Orange hat zweimal meine Freundin, die keinen Teil des Beefes öffentlich beleidigt, vorgeworfen, dass sie nur mit mir zusammen ist, weil ich Fame bin. Daraufhin sagt Orange im Orange, Lügner, stimmt überhaupt nicht, habt ihr nie beleidigt. Daraufhin Tanzverbot, naja, er hat es onstream von mehr als tausend Leuten, hat er jetzt meine Adresse geleakt und droht mit weiteren Veröffentlichungen. Zieht meine Freundin mit rein und behauptet öffentlich, dass wir beide Koks ziehen, wo ist Schluss? Denn Orange im Orange hatte irgendwo gesagt, dass er auch mal, ach ja, hier, wann machst du den Haartest? Das deutet ja darauf hin, dass jemand Koks nimmt, ja. Und jetzt eben dieser Tweet, das ist das Allerneueste. Orange im Orange hat gewonnen. Mein empfohlener Anwalt hat mir wochenlang Mails an die falsche E-Mail-Adresse geschickt, sodass kein Kontakt zustande kam, bis auf die Rechnung von 2400 Euro durch sein Sekretariat. Eben telefoniert und erfahren, dass wirklich nichts passiert ist. Keine zustellfähige Adresse gefunden, nichts. Ich bin enttäuscht und gebe auf. So gestern von Tanzverbot gepostet bei Twitter und insgesamt haben es schon 180.000 Menschen gesehen. Und wir wollen uns das mal rechtlich anschauen, muss Tanzverbot hier wirklich aufgeben, weil man keine Adresse von Orange im Orange gefunden hat. Und wie hat Orange im Orange darauf reagiert, wollen wir uns näher anschauen. Aber vielleicht noch mal der Hinweis an dieser Stelle für euch. Es gibt gerade ein gigantisches Facebook-Daten-Lag, das läuft immer noch. Wir haben 10.000 Mandanten, die wir gerade gegen Facebook vertreten. Wir haben auch schon zig Verfahren vor die Landgerichte geführt und auch etliche Verfahren gewonnen. Checkt ihr nochmal kurz aus, ob ihr betroffen seid vom Facebook-Daten-Lag. Das geht ganz schnell. Also ihr müsst einfach nur auf den QR-Code klicken oder in die Caption unten gehen. Dann kommt ihr auf folgende Seite, die zeige ich euch hier. So sieht die aus. Und auf dieser Seite gebt ihr einfach eure Handynummer ein. Wisst, ob ihr betroffen seid oder nicht. Und naja, dann sagen wir euch, ob ihr einen Anspruch auf 1.000 Euro habt gegen Facebook. Ganz kurz auschecken, geht wirklich rucki zucki. Fakt ist, dass jetzt mittlerweile Orange im Orange geantwortet hat. Fand ich jetzt interessant, was er dort geantwortet hat. Er sagt, ist ja jetzt nicht so, als hätte ich das nicht von Anfang an gesagt. Werde dazu was in meinem Stream sagen und hoffe, das Thema ist dann erledigt. Klingt also so, als wenn er sagt, ja war doch klar, man findet mich nicht. Was irgendwie crazy ist, weil ja es auch um Adress-Leak von Tanzverbot geht. Da seht ihr mal, wie wichtig es ist, dass die Streamer ihre Adressen mehr oder weniger geheim halten. Und jetzt sagt er, ja habe ich doch gesagt, man findet mich nicht. Selbst wenn ich was geleakt habe, mich findet man nicht. Ich hoffe, das Thema ist jetzt erledigt. Und jetzt kommt noch ein Tweet hinterher. Wenn das alles legit ist, schick Rechnung, ich zahle das. Dass das alles durch meinen Fehler zustande kommen, ist Peace. Also, wenn das wahr ist, was er hier sagt, was teilweise die User darunter dann auch anzweifeln, ist Orange um Orange jetzt wirklich bereit, das Kriegsbeil zu begraben. Das ist wirklich jetzt eine Neuerung, dass er sich einsichtig zeigt. Er spricht von Fehler und will die Anwaltskosten zahlen. Die Frage ist natürlich, ob es damit getan ist. Wir wissen ja noch gar nicht ganz genau, was der Anwalt von Tanzverbot erreichen wollte. Das hat Tanzverbot jetzt nicht gesagt. Ich gehe davon aus, er wollte eine Unterlassungserklärung, dass Orange um Orange nie wieder die Adresse liegt, dass er nicht behauptet, Tanzi nehme Koks, dass er nicht die Freunde beleidigt. Vielleicht wollte er noch Schadenersatz, könnte man auch fordern. Dazu ist es aber alles nicht gekommen, weil die Adresse von Orange um Orange, der ja im EU-Ausland wohnen soll, anders als die Adresse von Tanzi, die ja geleakt worden ist, geheim ist. Also da scheint die Problematik zu bestehen, plus die Zusatzproblematik, dass Tanzi mit seinem Anwalt nicht ordentlich kommuniziert hat, was schon ein bisschen kurios ist. Ich zeige jetzt allerdings ein paar Tricks, wie man trotzdem an die Adresse des Gegners kommt, auch wenn der im EU-Ausland ist und es eben nicht so einfach ist, die Adresse rauszufinden. Ich weiß nicht, ob der Kollege, der hier für Tanzi tätig war, den ich nicht kenne, diese Tricks auch versucht hat. Ich glaube es aber nicht, weil Tanzverbot ja sagt, da ist gar nichts gelaufen. Schauen wir das gleich mal an. Und vielleicht an dieser Stelle eine ganz kleine Premiere. Mein neuestes Buch, das passt eigentlich ganz gut, kommt in zwei Wochen raus. Welches Recht gilt beim Mord im Weltraum? Da habe ich ganz skurrile Urteile, habe auch so Sachen wie, darf ich eine Insel im Wasser aufschütten und dann das als Startausruf mal rechtlich beleuchtet. Also das ist wirklich eine funny Lektüre für die Sommerferien. Checkt es mal aus, ihr könnt es ab jetzt sofort vorbestellen, auch über den QR-Code oder die Caption, welches Recht gilt beim Mord im Weltraum. Hier seht ihr das Cover zum allerersten Mal. Ich werde dazu bald noch ein extra Video machen. Gut, schauen wir uns mal an, welche Ansprüche Tanzverbot gegen seinen Anwalt haben könnte und ob es überhaupt noch Möglichkeiten gibt. Zunächst mal die Ansprüche, die Tanzverbot hier gegen Orange und Orange hat. Die ergeben sich größtenteils aus 823 BGB in Verbindung mit 1004 BGB. Also Unterlassungsansprüche, dass man eben künftig diese Behauptung nicht mehr aufstellt, über den Kokain-Konsum, über die Freundin und, und, und. Solche Ansprüche verjähren nach drei Jahren. Und drei Jahre nach dem Beginn des Jahres, in dem die Äußerungen getätigt worden sind. Das heißt, in diesem Jahr sind die Äußerungen getätigt worden. Ende diesen Jahres hätte Tanzi noch drei Jahre Zeit. Das heißt, Verjährung, kein Thema. Selbst wenn der Anwalt jetzt noch nichts machen konnte, Tanzi könnte theoretisch weitergehen. Er müsste jetzt nicht aufgeben. Also verjährt ist er noch lange nichts. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn raus, wo Orange und Orange wohnt? Das kann man über einen Trick machen. Denn was Orange und Orange hier gemacht hat, war eine Straftat. Das ist ein gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten. Könnte das jedenfalls hier sein. Es gibt noch ein paar andere Straftaten. 42 Bundesdatenschutzgesetz könnte verletzt worden sein. Und 186 üble Nachrede, wenn man was über jemanden behauptet. Sprich, hier gäbe es ein paar Straftaten, die meines Erachtens nach verwirklicht worden sind. Jetzt könnte man Strafanzeige erstatten als Anwalt. Also der Anwalt von Tanzi könnte Strafanzeige erstatten. Und dann würden, und das ist der Trick an der Sache, die Strafverfolgungsbehörden, sprich Polizei und Staatsanwaltschaft, ermitteln. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, Adressen rauszufinden. Auch in der Kooperation mit Polizeibehörden im EU-Ausland. Sprich, auf diese Art und Weise würde dann die Staatsanwaltschaft an die Adresse kommen. Und wir Anwälte, wir haben das Privileg, dass wir in solche Strafakten reinschauen können. Naja, und das wäre der nächste Schritt. Dann würde ich mir die Strafakte holen. Ich habe ja noch drei Jahre Zeit. Ist doch alles kein Problem. Und würde den Wohnsitz von Orange um Orange rausgefunden haben. Gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann auch noch über 21 TTDSG gehen. Bei Datenschutzverstößen komme ich an den Webseitenbetreiber ran. Das wäre hier Twitter auf Herausgabe der Daten. Was Twitter jetzt genau von Orange um Orange hat, ob die mehr als eine IP-Adresse haben, weiß ich nicht. Aber auch das wäre eine Möglichkeit. Hat Orange um Orange ein Management? Könnte man über das Management gehen. Da könnte man natürlich auch schon einen Schriftsatz weiterleiten. Außerdem, das vergessen auch viele, ich kann natürlich auch eine Abmahnung einfach per E-Mail schicken. Ich darf in Deutschland sogar eine Abmahnung per Private Message, per Direktnachricht über Twitter an Orange um Orange zustellen. Selbst das wäre möglich. Also verschiedenste Möglichkeiten, wie der Anwalt von Tanzverbot und Tanzverbot hier Orange um Orange in den Schriftsatz noch zustellen könnten. Das würde gehen, verjährt ist da noch nichts. Bleibt also an dieser Stelle die letzte Frage. Hat Tanzverbot einen Anspruch auf Rückzahlung der 2.400 Euro gegen seinen eigenen Anwalt? Denn offenbar hat der ja Mist gebaut. Erstmal muss man eins sagen, lieber Tanzi. 2.400 Euro, da wird dein Anwalt wahrscheinlich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgerechnet haben. Und das für ein aussergerichtliches Schreiben, schon habe ich. Denn der Anwalt hat einen Streitwert dann angesetzt von roundabout 100.000 Euro. Das fände ich ein bisschen viel für diesen Streit hier. Da müsste man mal gucken, ob da die Gebühren richtig berechnet worden sind. Ich glaube, da ist schon der erste Ansatz, dass man von den Gebühren erstmal per se runterkommt. Jetzt ist das nächste, hat der Anwalt einen Fehler gemacht? Da muss ich sagen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Denn ich kann jetzt vom Anwalt ja nicht einen Erfolg verlangen. Ich kann jetzt nicht verlangen, dass er unbedingt eine Adresse rausfindet. Aber er muss sich bemüht haben, die Adresse rauszufinden. Er muss Tanzi beraten haben, das was ich gerade gesagt habe. Dass man auch Strafanzeige erstatten kann. Dass man Akteneinsicht nehmen kann und und und. Und da müsste man auch schauen, wie kam es dazu, dass diese E-Mail-Kommunikation zwischen Tanzi und seinem Anwalt nicht geklappt hat. Das wäre jetzt alles zu klären, bevor man einen Anwalt in die Anwaltshaftung nimmt. Selbst das wäre noch lange möglich. Dazu kann ich aber gar nichts sagen. Nach 280 bürgerliches Gesetzbuch hat man einen Schadenersatzanspruch auch gegen den Anwalt, wenn der seine Pflichten hier nicht richtig geführt hat oder Pflichten verletzt hat. Liegt aber jetzt erstmal so nicht offen auf der Hand. Man müsste genau klären, was der Kollege hier falsch gemacht haben könnte. Das müsste dann eben ermittelt werden. Also, da hat sich jemand vielleicht nicht ganz richtig ins Zeug gelegt für Tanzi. Da muss ich sagen, hauen wir in der Regel mehr rein für unsere Mandanten. Also, lieber YouTuber da draußen, wenn ihr mal einen guten Anwalt braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. Na, logisch. Und vielleicht ist die Sache von Orange um Orange ja wirklich ernst gemeint. Vielleicht will er ja wirklich diese 2400 Euro hier zahlen und die Sache ein für allemal aus der Welt schaffen. Ich fände es gut, wenn die beiden Zankhähne hier jetzt den Streit schlichten würden. Denn, was bringt es denn? Es bringt doch überhaupt keinem was, wenn der Beef da weiter schwelt. Das Kriegsbeil sollte begraben werden. Meine Meinung? Postet ihr mal eure Meinung unten in die Comments. Bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir sehen uns jedenfalls an gleicher Stelle morgen schon wieder. Bis dahin hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.